Oh, komm. Verdammt, wie komm ich, wo komm ich jetzt hier raus? Na komm schon, komm schon Jetzt ab, nichts wie raus hier Ich hab keinen Bock noch länger hier damit zu sein Da muss ich hier rüber raus Naja Ich würde sagen, einmal kurz speichern Komm, raus hier Kann ich mich nicht teleportieren? Teleport Ne, ich hab keine Teleport-Urne mehr Mist Schade Ja, das heißt, ich muss hier einmal durch Komplett Schade Schade Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Hm. Der steht hier? In der Nähe müsste ich irgendwie zu den Quartieren kommen. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie ich hier rauskommen soll. Es sei denn, dass ich meine ganzen 30 Dietrich hier verbrauche. Scheinbar muss ich da raus. Das kann doch jetzt nicht gern ernst sein, dass ich irgendwas hier übersehen habe. Komm, ich habe einen Erinnerungspunkt. Finde ich vielleicht Habe ich vielleicht Meditation? Irgendwas, was mir beim Schlösserknacken hilft. Nur so. Weltläufer, Konzentration, Adleraube. Nee, nichts. So. Einmal kurz speichern. Und dann Einmal alle möglichen Sachen ausprobieren. Ernst? Wie soll ich denn denn je hier rauskommen? Wenn ich hier nicht mehr rauskomme. Da war doch eben was. Ja. Ja, da in der Nähe. Nee, das war schon wieder... Verdammt! Wie soll das gehen? Tut mir leid, aber... Ich habe doch jetzt jede beliebige Stellung schon irgendwie ausprobiert. 2, 3, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3, 3... 2, 3... ... Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich habe keine Ahnung, wie soll ich hier rauskommen? Wenn ich keine Teleportrolle und kein Schlüssel, kein Meisterschild, Typie bin. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Hier müssten die irgendwo sein, die Quartiere. Ach, scheiße, ich bin ja hier runtergefallen. Ich komme ja hier nicht mehr raus. Hm. Hm. Nein. Wie soll man denn jetzt hier rauskommen? Verdammt nochmal. Lag da unten vielleicht der Schlüssel auf dem Teil? Hätte ich da runterfahren müssen, um den Schlüssel zu holen? Ich habe da nicht genau hingeguckt. Hm. Muss ich nochmal gucken? Muss ich nochmal runterfahren? Ah, das Schiff ist wirklich ein Albtraum. so. Generator. Hier war ich ja schon. Komm. Ab nach draußen. Einmal runter. Einmal runter. Hier. Ähm. Stopp. Unterwasseratmung. 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 Aber das hier unten könnte man was tun. Also einmal die Rolle der Wasseratmung ansetzen. Wo kommen die Sachen denn jetzt hier? Genau. Wow. Einfacher ging es ja nicht, ne? Verdammt noch. Verdammt, nochmal. Nein! aaaah aaaah so